Stehen in deinem Garten ein neuer Gasgrill, ein elektrischer Rasenmäher und stylische Lounge-Möbel? Puh, das ist alles ganz schön viel wert. Aber ist das Zeug eigentlich versichert? Die häufigsten Versicherungsmeldungen bei Gartenmöbeln sind Diebstahl und Vandalismus. Möbel, Grill und Co. sind also grundsätzlich abgesichert. In der Hausratversicherung von Halvetia ist die sogenannte Außenversicherung mit eingeschlossen und leistet in solchen Fällen. Worauf du achten solltest? Je nach Tarif sind die Gartenobjekte aber nur bis zu einer bestimmten Summe mitversichert. Folge jetzt unserem Kanal und verpasse keine Versicherungstipps mehr.